Die Tanzlehrerin Meine Mutter brachte mich sicher zu früh hin. Sie meinte vielleicht, man kann nie früh genug anfangen. Aber ich muss gleich hinzufügen, da sie mich schon eine Woche später rausgenommen und in einen anderen Tanzkurs eingeschrieben hat. Doch diese erste Tanzstunde und diese ganze erste Woche konnte ich nie vergessen, nie aus meinem Gedächtnis löschen. Seit ich tanze, auch wenn ich nur in einem Spiegerraum übe, obwohl die allererste Stunde schon sehr lange her ist, tanze ich, was ich damals gelernt habe, bei Tante Amalia. Obwohl ich seitdem einige Meister auch die größten gehabt habe und an vielen Workshops und Tanzkursen von Kyoto bis Marseille teilgenommen hatte und mehr als einmal im größten Paradies der Tänzer in New York auftrat, und anderthalb Jahre lang Mitglied einer sehr angesehenen internationalen Gruppe war, mit der ich von Festival zu Festival die halbe Welt durchreiste. Was die alte Amalia Holzfuß mir damals sagte, hörte ich seitdem von niemandem. Und wenn ich heute tanze, ich gebe jetzt Soloabende, fällt mir das immer ein, und zwar immer zum gleichen Zeitpunkt, in diesem heiligen Moment, genauer gesagt eine Millisekunde, bevor ich auf die Bühne ins Licht trete. Seitdem tanze ich nur für Amalia Holzfuß, diese gichtgeplagte alte Dame, die sich von ihrem Sessel nach vorne beugt, sich auf ihren Schirmstab stützend, mich mit ihren hellblauen Augen anschaut, mich, das winzige Streichholzmädchen, wie hunderte vor sie traten, vor dieser einst glorreiche Prima Ballerina des Londoner Royal Ballett, die vor dem Fallkreuzler damals aus dem Land geflogen war. Sie könne auf den ersten Blick erkennen, sagte man, ob jemand je ein Tänzer werden würde oder nicht. Sie hatte diese besondere Fähigkeit. Es war genug, ihr den Namen eines Kandidaten zu nennen. Sie sagte sofort, ohne einen Blick auf den Unglücklichen zu werfen, dass er niemals Tänzer werden würde. Aber für einen x-beinigen kleinen Jungen namens Geysa prophezeite sie eine brillante Karriere voraus. Sie sagte, dass Y in seinem Namen bringe ihm Glück. Wegen solcher Geschichten wurde sie von vielen als Nährin betrachtet. Sie hatte sowieso viele Feinde, aber sie pfiffed darauf. Sie hat nie in unserem Land getanzt, ist nicht einmal in die Nähe des Opernhauses gegangen. Sie hat fast ohne Pause unterrichtet. Es kam vor, dass sie auch nachts einen Kurs hielt, weil sie nicht schlafen konnte. Ihren alten Schülern, es gibt schon mehrere Generationen davon, brachten ihre Kinder, aus denen sie unbedingt eine weltberühmte Tänzerin oder Tänzer machen sollte. Wer weiß, was in der Luft lag. Plötzlich wollten alle Mütter, dass ihre Töchter großartige Tänzerinnen werden, um ihre eigenen Kindheitskräume zu erfüllen. Es gab kaum noch freie Plätze in den Ballettschulen, Turnhallen, Exerzierhallen mit Spiegelwänden, es klopften die Ballettschuhe, die Muskeln dehnten sich, die Knie und Knöchel waren geschwollen. Amalia durchschaute im Hand und Gehen, welche Begabung jemand hatte, was man mit dem eigenen Körper schaffen konnte, wie sie zu sagen pflegte, denn laut Tante Amalia war Tanz, Schöpfung. Dieses Wort habe ich damals nicht verstanden. Ihre Worte waren allerdings nicht an mich, aber ziemlich streng und mit einem scharfen Blick an meine Mutter gerichtet. Sie war fast keinen Blick auf mich. Ich existierte für sie nicht. Sie teilte trocken mit, dass sie mich annimmt, was schon ein großes Wort war. Mehr sagte sie nicht. Man musste den Stundensatz im Voraus bezahlen. Amalia bestand darauf, sie war in dieser Hinsicht gnadenlos. Es war ihr egal, ob der Kunde bettelarm oder steinreich war. Sie forderte die gleiche Summe. Es war unklar, wofür sie das Geld brauchte. Sie hatte zwei Katzen, die konnten nicht so viel kosten, wie viel Amalia im Laufe der Jahre möglicherweise einnahm. Ihre Wohnung sah nicht so aus, als hätte sich dort in den letzten 30 Jahren irgendetwas geändert. Dunkle Wände, ungeheuer viele Bilder, alte und wackelige Möbel. Es war wie ein Möbellager. Man konnte fast nicht durch, weil Amalia ein Zimmer komplett geleert hatte. Dort klopfte sie laut mit ihrem Regenschirm auf den Boden und fluchte, wenn einer der Schüler versagte. Einmal stand sie auf, gleich stürzte sie zu Boden. Es war so ernst, dass ihr linker Arm und ihre linke Wange gelähmt waren. Schrecklich war dieses Gesicht. Nur die Hälfte davon bewegte sich und als mich meine Mutter am nächsten Tag zum vereinbarten Zeitpunkt um 5 Uhr nachmittags dort zurückließ, es war schon finster. Es war November. Füllte sich mein Herz mit Entsetzen und schlug wild wie eine Trommel. Allerdings hat mich Tante Amalia damals nicht gekränkt. Sie sprach nicht einmal zu mir und tat so, als wäre ich nicht da. Sie stellte mich in die Mitte des verspiegelten Raumes und sprach nicht mit mir. Als ich mich bewegte, schrie sie auf, Platz, steh, bleib. Als wäre ich ein Hund. Ich stand dort in der Mitte, manchmal auf zwei Beinen, manchmal auf einem. Amalia schlummerte manchmal ein. Ich langweilte mich, aber ich wagte es nicht, mich zu rühren. Ich starrte mich im Spiegel an. Es dämmerte langsam, niemand kaum um das Licht anzuschalten. Amalia schnarchte leise in ihrem Sessel, der stand in der Ecke des zum Tanzsaal umgewandelten Wohnzimmers, und als die Stunde vorbei war, wachte sie plötzlich auf und sagte nur, Marsch, nach Hause. Meine Mutter hatte anfangs keine Ahnung, was dort in den berühmten Amalia-Tanzstunden los war. Sie kam, sie hat mich angezogen, weil ich, obwohl ich nichts zu tun hatte, immer ein Ballettkleid anziehen musste. Ich hatte ein Tütü, ein rosa Ballettröckchen, winzige Ballettschuhe, meine langen Haare waren mit einer Schnalle aufgesteckt. So stand ich bibbernd in der Mitte des Zimmers, weil Amalia heizte nicht oder wenn doch, habe ich nichts davon gespürt. Ich stand da, bekam eine Gänsenhaut und wartete. Am dritten Tag fragte mich meine Mutter, was ich an diesem Tag gelernt habe. Tante Amalia ließ mich nicht antworten. Ich hätte es auch nicht gewagt, in ihrer Gegenwart etwas zu sagen. Und sie raspelte blitzschnell eine Menge von exotischen Ausdrücken runter, vor allem auf Französisch. Meine Mutter erschrak. So viel auf einmal auf ein Kind schütten? Fragte sie. Amalias Antwort lautete FAKULTATIV! Und dann erblickte ich auf dem Gesicht meiner Mutter die tiefen Falten zwischen ihren beiden Augenbrauen, welche ich bereits kannte. Eine Woche später nahm sie mich aus und brachte mich in eine andere, noch berühmtere und noch teurere Ballettschule, wo ich innerhalb eines Jahres als ein Wunderkind bezeichnet wurde. Vielleicht war ich es auch. Ich hörte noch meine Mutter am letzten Tag Tante Amalia anbrüllen, hier ist dein Geld, nimm es, alte Höchse. Am Vorabend hatte sie mich ausführlich befragt, was in dem mysteriösen Spiegelraum, den sie nicht betreten durfte, vor sich ging, Quacksalberin. Auch noch im Bus erstickte sie fast vor Wut und umarmte mich so fest, dass ich kaum noch Luft bekam. Diese eine Woche Unbeweglichkeit war der Tanz selbst. Eine Woche der Langweile, eine Woche der Wüste, eine Woche des Leidens, eingesperrt mit einer schnarchenden Alten in einem Zimmer mit Spiegelwand. Und als ich zum ersten Mal Solo in einer Bejar-Choreografie in Palé Garnier in Paris tanzte, Bejar bestaumte mich wie ein Wunder. Ich war 16. Er fragte mich, wer mein erster Meister gewesen sei. Ich antwortete, Amalia Holzfuß. Noch nie von ihr gehört, sagte er, aber sie war offensichtlich ein Genie, fügte er hinzu. Eine einzige Stimme bellte in meinem Kopf, durchtränkte alle meine Glieder, Gelenke und Muskeln, von den kleinsten Bewegungsmuskeln bis zu den größten. Platz Steh Bleib Keine Vers 31 Paul Die K Okay Frau